Er arbeitet, sodass sie an der Titanic raus können. Und es ist geblockt worden. Denn die Bombe rotiert gerade Richtung A. Sychron steht auch da nochmal defensiv. Sie bieten Argo den Kill jetzt also nicht einfach an. Arcock greift ein. Aber Furlan macht das hier nochmal gut. Er kriegt einen zweiten. Weiß das hier noch ein Closed Furlan mit dem dritten. Und Furlan macht sogar Kill Nummer 4. Immer allein gern den Spot aufgemacht. Und was ein schönes Ace von Furlan. Sehr, sehr geil. 11 zu 4. Ganz, ganz starkes Ding von ihm. Einer nach dem anderen. 3, 4 Schüsse mehr.